bist auf den stein gelandet super und du hast kein bett mehr dort ok wir hatten aber alle keine waffen dabei wir waren vollkommen nackig also ich kann euch nur folgendes vorstellen wir holen uns jetzt ausrüstung wir bauen uns jetzt kurz ausrüstung und gehen dann noch mal darunter zu fuß anders geht sonst nicht also ohne waffen super aufgeschmissen weil ich nehme diesmal glaube ich auch keine spitzhacke mit ne ich glaube ich auch keine spitzhacke mit wo ist denn das schiff laguna wieso das denn woher konnten wir wissen dass dort gleich so viele wie ich ja sind da kann ich ja gut egal dann brauche ich mir mal kurz neue ausrüstung das ist ja nicht das problem so kurz neue ausrüstung bauen ja kannst du richtig was kannst du das artefakt aufheben machst du den witz na super ach scheiße mein arm muss ja auch weg da muss ich gleich neu bauen ne nicht daran so dann ist das fertig gut dass ich meine andere ausrüstung nicht mitgenommen habe kann es sein dass du nach oben geguckt hast komisch vielleicht deswegen wir haben ich habe nicht noch ich habe nach vorne gedrückt ne das brauche ich nicht ich brauche nur das wichtigste ne das brauche ich nicht ich brauche nur das wichtigste ja da ist da naja naja ich brauche nur das wichtigste ne kauf 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 dafür na gut egal und dann pg er hat auch keine so etwas gelernt jetzt bräuchte wie noch mal gleich ein paar fallschirme diesmal nehme ich keine achse und keine 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 spitzhacke mit ganz ehrlich so das war ja alles dabei 50 pfeile mitnehmen ach da habe ich ja noch eine picke egal hab ja genügend mittel so jetzt brauche ich noch mal schnell ein paar dinger 133 müsste reichen was brauchte man noch weiter ich würde sagen wir gehen runter die klamotten sind sowieso jetzt schon weg das stimmt wir sind ja fast gelandet ja ok machen wir es so eben ich brauche jetzt ein fallschirm noch mal soll ich vielleicht auch welche bauen ja na gut fertig halt brauche ich halt 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 ja gut dann machen wir da unten jetzt gleich mal auf das wird lustig dann wird es gleich lustig dann machen wir sie gleich kalt und dann drehen wir den hals um hätten wir von Anfang an uns ehrlich gesagt ich denke mal hätten wir uns von Anfang an gleich eine neue Ausrüstung gebaut Laguna dann äh hätten wir die alle platt gemacht und hätten Laguna überlebt also das äh zu zweit gegen Skorpione das wird nicht schwer eigentlich äh wir haben ja 100% äh Armour deswegen der Wattada nehme ich jetzt nicht mit ich habe ja noch eine Kantene die du mir gebaut hast zum Beispiel gut dass ich die habe ist eine Ersatzkantene äh hier wird zu viel so 28 Fleisch nehme ich gleich nochmal mit so ich nehme jetzt nur das nötigste mit wieder ja gut dann bring du die Wattada mit soll ich schon mal zur Höhle gehen? ja na gut fertig ich habe drei Fallschirm gebaut Gott sei Dank muss ich meine ganze Rüstung hier mal neu färben äh ich habe meine ganze Rüstung hier gelassen dann warte ich mal auf euch hier bis ihr hier seid dann machen wir das Türchen auf dann machen wir das Türchen auf ja dann geh dann schwimmen sonst einfach um die Mauer rum das geht ja auch dann schwimmen sonst einfach um die Mauer rum dann haben sie Pech gehabt Entschuldigung das ist gut haben sie Pech gehabt aber äh so die Scheiße äh Materialverschwendung gehabt ein bisschen aber na gut egal springen wir gleich runter und machen alle abmurksen das perfekte das perfekte wäre jetzt einer von uns hätten Raketenwerfer ne eine Muni nur juhu spring runter Fallschirm juhu hast du die Blaupausen benutzt oder selber gebaut Laguna die Rüstung Laguna? ach soo Blueprint ist ja da in der Basis äh äh ich hab auch noch 116 Punkte übrig hehehe auf grü fato haben wir. wir Machen wir jetzt gleich alle kalt und holen uns das Artefakt für Schweine. Ach, meine Fackel ist ja auch weg, fällt mir gerade ein. Egal, ihr habt noch eine Ersatzfackel. Ja, wir auch schon dabei. Ja, krass, wir brauchen nur um ein Ding rauszuholen, ein Artefakt. Jetzt kommt's, einer stirbt. Das Gute ist, er kann das Artefakt wahrscheinlich wieder mitnehmen. Hm. Da ist er schon auf dem Weg hier rüber oder wie ist das? Perfekt. Ich warte hier schon ein Drehdäumchen. Widerliche Sau, woran du immer denkst. Äh, vier, glaub ich. Ach, da hier nur noch vier, glaub ich. Oder drei? Keine Ahnung. Die brauchen wir dafür nicht. Nö. Habe ich auch eben schon einmal gesagt. Hier drüben. Ich war die ganze Zeit auf der anderen Seite schon. Was? Ich hab einen Affen nicht dabei. Hä? Loll. Wie soll ich meinen Affen dabei? Der war doch... Habe ich den etwa mitgenommen? Ja, du mich auch, Laguna. Du mich auch. Du mich auch. Du mich auch. Laguna. Du mich auch. Du mich kreuzweise. Du mich können immer wieder. Ich hab wieder dich, du Sau.